Musik Aus meiner Sicht ist das wirksamste Thema des Programms das Thema Ich als Führungskraft und Ich in meiner Rolle. Wir setzen das intensiv mit in Herausforderung, der Führungsaufgabe als Teamleiter auseinander. Wie man mit unterschiedlichen Menschen umgeht, wie man auch Dinge vorantreiben kann und wie man Menschen motivieren kann. Veränderung, wie man die gestaltet und begleitet und wie man überzeugend auftritt, wenn man Teams mit auf die Reise nehmen will. Wir setzen einen bunten Blumenstrauß an Methoden ein. Das beginnt natürlich mit Input von uns als Experten, geht über Kleingruppendiskussion, über Übungen, über verrückteste Sachen wie auch mal etwas tun, was man gar nicht erwartet hätte. Es ist einfach ein sehr breiter Mix an Fähigkeiten und Tools, die man einem in die Hand bekommt. Wir arbeiten an konkreten Fällen, nicht an Fallstudien, sondern wir behandeln wirklich die Themen, die die Teilnehmer interessieren und auch mitbringen. Am wichtigsten für mich ist es eigentlich, dass wir einen Buddy-Partner gesucht haben, mit dem wir immer wieder unsere eigenen Situationen besprechen und das Gelernte anwenden. Also ich würde das Training anderen Führungskräften weiterempfehlen, weil es die Möglichkeit der Selbstreflexion bietet. Weil das nicht nur eben für neue Führungskräfte wichtig ist, sondern auch welche mit viel Erfahrung lernen können. Sehr viel Feedback auch von Kollegen zu kriegen und eigene Stärken und Schwächen sich dadurch sehr bewusst zu machen. Und nur wenn man sich dessen bewusst hat, Führungskraft kann man auch gut führen. Weil man viel Handwerkszeug dazu lernen kann, das mitnehmen kann in den operativen Alltag. Ja und natürlich auch sein Netzwerk hier erweitern mit anderen Bertelsmann-Mitarbeitern. Die Leadership Journey ist für mich innovativ, dynamisch und gewinnbringend. Herausfordernd, aber auch sehr lehrreich. Spannend, lehrreich und extrem informativ.